Hab ich den erledigt? Ja, hab ich. Laserkarabiner? Uh. Wie viel Schuss? Oh, komm. Drei Schuss. Alter, die Waffe ist geil. Flatsch! Nicht schlecht, hinterlässt eine schöne Blutspur. Oh, oh. Lieber noch mal ein Medi-Kit. Oh, 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 oh. War da nicht noch irgendwo einer? Ne. Wohl nicht. Gut. Nehmen wir mit. Sonst noch irgendwas hier. Oh, ein Laptop. Von welcher Marke ist der denn? Kann man nicht genau erkennen? Doch, kann man. Na? Schleichwerbung? Ach, ist eigentlich schon vom Aussehen her klar. Von welcher Marke der ist? Alter, hab ich den mit einem laserfetten Arm abgetrennt? Geil. Nicht schlecht. Oh, die Fernzündergranaten. Zack, zack. Mitgenommen. Sehr schön. Ich muss aber sagen, in dem Spiel hier verliert man wesentlich schneller und mehr Leben als im Hauptspiel. Oder kommt mir das nur so vor? Ich hab's ewig nicht... Es ist halt schon eine Zeit lang her, dass ich das Hauptspiel gespielt hab. Woher kommen denn die jetzt schon wieder hier? Jetzt muss ich... Und wie? Oh, jetzt muss ich... Ganz ruhig. Alter, what the fuck. Ja, ab in den dunklen Raum hier. Was geht ab? Oh mein Gott. Warum ich? Scheiße. Kommt noch mehr? Oh! Hm, hm, hm. Alter, wie viele! Wow. Okay, gut. Das sollte also so sein. Safing Checkpoint. Ein Glück. Ich hab ewig nicht mehr Autospeichern gemacht. Oh, hm. Oh, nicht schlecht. Ach, toll. Nur Bildschirm schon. Ich dachte, ich hätte ihn mit dem Laser ausgeschaltet. Wolang soll ich denn jetzt hier? Wieder hier die Treppen runter? Ich glaub, hier war ich noch nicht. Na los, komm. Shit. Alter, die Waffe ist echt hammergeil. Alter, war das laut. Weiter. Ja, und ich lad gerade nach. Scheiße, Mann! Fuck! Da hab ich wieder nicht drauf geachtet. Und ich hatte Slow-Mo aufgebraucht da. Oh, leck mir doch die Eier. So ein Scheiß hier, Mann. Kacke. Ich dachte, ich hätte den schon mit der Granate. Den hab ich fett umgenietet. Hui, da war aber einer drin, oder? Was war das gerade hier? Die Stücke. Gut, ich glaube, ich hab den... Ja, den hab ich gekillt. Ja, auch gut. Um die Ecke rumgehen und dann noch lehnen. Das bringt's auch voll. Ja, ich hatte auch schon mal, ähm... Alter, die Geräusche hier, ne? Die machen mich total fertig. Die Musik jetzt gerade auch noch. Ach, du Scheiße, ey. Oh Gott, ey. Mann! Oh, das sieht hier schon wieder aus, ne? Ja, da kommen die Unsichtbaren. Hab ich ihn gekillt damit? Nein. Jetzt aber. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. So. Kurz mal eben noch ein Stück zurückgehen. Ne. Scheiße. War zu weit zurück. Wär das da jetzt an der Ecke die Schrottflinde gewesen? Von wo? Ja, tut weh. Tut weh. Bam! Und bleib da hängen, du Pissnäke. Scheiße. Scheiße, ich hab eigentlich gar nicht die Munition dafür. Alter, die Musik macht mich ganz kirre gerade, ne? Ja. Ich hab ihn da mit seinem Bein rangeheimat. Komm, eine kriegst noch ins Schädel. Alter, mir geht voll die Muni aus. Dafür hab ich gar nichts mehr. Dafür hab ich noch... Ah, okay. Dafür hab ich noch ein bisschen mehr. War vielleicht nicht ganz so klug, nur solche Waffen mitzunehmen, wofür es kaum Munition gibt. Aber ich glaub, in dem Bereich soll es sowieso ein bisschen weniger Munition geben. Das ist, glaub ich, auch gewollt so. Na, Kollege? Was geht ab? Ich war noch gleich nahe Kampf. Ach, ja. Wie ich die Pisser hasse, ne? Jawoll, was haben wir denn hier? Ach, den dicken Raketenwerfer. Zack. Da haben wir eh keine Munition mehr. Da haben wir auch noch kaum was. Auch wenn ich die eigentlich liebe, aber... Was bringt's mir? Wir haben kontaktiert Sektor 3. Die Anführungen sind in Routes. Ah, dann seh ich die doch schon. Create! Kriegen erstmal hier zwei Granaten ab. Fünf. Da haben wir sie ja. Create! Get out! Ups, falsche Taste da. Alter, ich kann nichts sehen, aber die ballern trotzdem. Get down! Wuuuuh Oh oh So, Ruhe? Nein, noch keine Ruhe Huh, da habe ich Glück gehabt Kann der mal sterben, danke 17 Schuss habe ich nur noch Raketenwerfer nicht unbedingt Verdammt Ich mag die Waffe Das schien es gewesen zu sein, soweit Ja, oder auch nicht Alter Hui, das war schön Man kann da aber auch kaum was sehen, ne? In dem Raum ist es immer noch ziemlich dunkel, aber gehört ja auch zum Spiel Oh, ein Turret So, da kann ich natürlich auch nicht rein, wieso denn auch? Na egal, kurz Muni hier aufsammeln Der hat noch was So, wo ist denn der eine, den ich hier Gegrillt habe, der ist futsch, okay Na dann, ich glaube es geht hier weiter Baub dich jetzt mal Wow, es ist komplett dunkel Es ist angemessen, wieder mal ein mieses Gefühl zu haben Gerade kam Kampf Jetzt sind es hier wieder dunkle Gänge Das ist doch immer so Achso, ah, okay, Moment Die finde ich eigentlich zu geil Aber dafür habe ich wesentlich mehr Schuss Dann Ne, muss ich so machen, muss ich so machen Was ist, wie sieht es denn mit Granaten aus? Ich habe eine Granate Okay Der Raketenwerfer, den bewahre ich mir schön auf Ich habe nämlich so ein Gefühl, es kommen hier auch noch ein paar dickere Gegner Okay, Checkpoint Ich muss häufiger Quicksafe machen Oh oh Von wo kommt der? Da unten ist er Oh geil Wie gut das geht Kann ich denn? Oh, okay Das heißt, ich muss da wahrscheinlich gleich runter Und es mit dem Kollegen aufnehmen Ist hier unter irgendwie was? Ah Boah Diese verkackten Flaschen, ne? Und alles Okay Alter, habe ich mich verjagt Hier schon wieder Jawohl, ja Mit der letzten Salve habe ich ihm es Habe ich es ihm noch gegeben Jawohl, hier ist noch Panzerung Komm schon Wir haben ja doch bestimmt auch noch irgendwo so einen Healthboost oder sowas Das wäre mal wieder richtig geil Noch mehr Leben Nein Oder was heißt mal wieder? Das wäre immer geil Ne, leider nicht Ups Okay Okay Im Notfall hätte ich ihn auch hierhin locken können Und dann draufballern können Ah Da ist das Flugzeug abgeschmiert Achso, das sind Bruchstücke Ich dachte gerade, was das ist, ey Okay Jetzt heißt das Flugzeug erkunden oder was? Dann komme ich wahrscheinlich nicht dran vorbei oder so Und muss außen rum gehen oder so Oder unter durch Was ist hier? Kann ich nicht Okay Na dann Och, komm schon U-Bahn-Schacht Wirklich Ach Gott Das wäre ihm zum Glück geschafft Intervall 3 schon Okay Na Okay Es geht weiter Quick Save jetzt wieder Okay Okay